Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir dem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake auf der PS5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge waren wir ja im Krankenhaus unterwegs und haben das Rätsel da mit Dings gelöst, soweit ich weiß, glaube ich. Und Maria hat sich in einem Raum gelegt, um sich etwas auszuruhen. Und was in dieser Folge jetzt weiter passiert? Das schauen wir uns doch jetzt mal an. Let's go. Wir haben uns ja hier in diesem kleinen Raum nebenan geschlichen und haben gespeichert. Gut, übernächster Raum. Und jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Ich denke mal, wir müssen oben in den Norden. Und da gehen wir doch jetzt mal schauen. Munition haben wir noch genug. Ich habe übrigens, in den letzten zwei Videos glaube ich, meine Kamera wieder davor getan. Es tut mir leid. War nicht geplant. Das hört sich aber komisch an. Oh, neue Gegner. Wir haben jetzt Krankenschwestern als Gegner. Interessant. Gut, ich wusste das schon von Filmen her und so. Beziehungsweise von den alten Spielen. Ich gehe mal in die Wäscherei. Wenn das geht, aber es... Kann mir eigentlich mal jemand erklären, was das bedeuten soll immer? Diese... Scheinbar Erinnerung oder so? Ich weiß es nicht. Wir haben auch übrigens die Schruppel noch nicht gefunden bis jetzt. Finde ich ein bisschen blöd. Ich hätte die gerne. Ah ja, klar. Da brauchen wir Schlüssel. So, ob können wir jetzt von der Seite die Tür öffnen? Ja, komm mal. Irgendwas war hier links. Ah ja. Wem willst du eigentlich verarschen? Übrigens habe ich, glaube ich, doch recht mit meiner Vermutung, dass wenn eine Blutpfütze auf dem Boden ist, dann sind sie auch wirklich tot. Und nicht vorher. Das sollten wir uns unbedingt merken. Verarschen kann ich mich selber. Trotzdem mache ich mich vor mich. Mal kurz mal Hellzeite ein bisschen lauter machen. Ein bisschen laut. Hey. Hey. Okay. Man findet hier echt viel Schrotkugel, ne? Hier ist doch bestimmt auch irgendwas versteckt, oder? Irgendwas Wichtiges. Außer Munition. Ich meine, das ist auch wichtig. Aber das meine ich nicht. Nee. Hier ging es noch nicht rein. Hier ging es noch nicht rein. Gut, also an Heilung mangelt es uns mittlerweile echt überhaupt nicht. Brauchen wir einen Code. Der Code wurde auf die Zahlen zurückgesetzt, die wir gestern im Aufenthaltszimmer der Ärzte besprochen haben. Wie gesagt, hört bitte auf, euch die Codes auf kleine Zellchen zu schreiben. Bitte geht verantwortungsvoll damit um. Im Aufenthaltszimmer. Im Aufenthaltszimmer. Halt. Ich wollte nochmal wenden. Okay, ist nix drauf. Äh, Aufenthaltszimmer, wo ist das? Oben links. Oben links. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Wahrscheinlich nicht. Wäre jetzt gedacht. Das heißt, wir müssen unten rum. Gehen wir doch mal unten rum, würde ich sagen. Übrigens habe ich mitgekriegt, für ein Horrorspiel geht das Spiel ganz schön lange. Können wir ja auch rein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, hier ist ein Audiogerät. Das ist das, was sie immer sagen. Das ist das, was sie immer sagen. Ich habe drei Patien. Okay. Okay. Oh, wir brauchen drei Bänder, ich habe auch immer noch diesen Wagenheberhebel, wofür ich auch immer keine Ahnung habe, für was der ist. Ich will mich dann doch nochmal in der Stadt umgucken, wo ich den geholt habe. Patientkennzeichnung, plötzlich aggressives Verhalten. Okay. Ah, das sind dann wahrscheinlich die Patientenräume, wo die Bänder sind, wa? Okay, markiert sich das alles schön auf der Karte. Dann schauen wir uns jetzt mal die Karte an. Die sagt, ähm, okay, vor allem Hand. Was haben wir hier? Speicherpunkt. Gut, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Mein Gott, überall die Schlüssel. Was ist hier? Dicker, fetter, safe. Da fehlt auf jeden Fall eine Taste. Okay. Alles ist bestimmt markiert, oder? Tresor, ja. Na gut, dann machen wir uns mal auf zu diesem Patienten. Gehen wir mal rechts, und ich vermute mal, da geht es nicht rein. Oh, doch. Was ist mit dir? Gehst du auch auf? Okay. 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 Das sieht ja sehr einladend hier aus. Patientengespräch, Abschrift, Anmerkung. Das folgende Interview wurde mit als Reaktion auf den Vorfall 071 geführt. Ich weiß noch, dass ich im Wasser lag, schon schön leer. Und dann spürte ich ihn, spürte, wie er mich anstarrte, spürte, wie es wuchs. Ich musste raus, musste fliehen, aber er verfolgte mich, starrte mich weiter an, ich musste es rauslassen. Jetzt bin ich wieder leer, schön leer. Gehen wir wieder zum Schwimmbad? Okay. Gesprächsprotokoll. Also im Schwimmbad. Was hat er jetzt markiert? Hat er gar nichts markiert, oder? Oh. Das ist der dritte Flügel. Da war das dritte Zimmer dann wahrscheinlich. Wartet mal. Da, Schwimmbad. Das ist ganz unten. Ist da etwas? Fragezeiten. Oh, ich muss sagen, das Krankenhaus wird definitiv komplizierter hier. Das ist die Frage, wo geht man zuerst hin? Gehen wir erstmal runter, weil wir sind hier gleich in der Nähe von der Treppe. Das schauen wir mal. Und zwar müssen wir jetzt rechts hoch. Wo wir wahrscheinlich noch gar nicht hin können. Dammit. Oh, warte mal. Ich habe die eine Tür noch nicht probiert. Ja, das wird jetzt ein bisschen länger dauern hier. Das Krankenhaus. Im Vergleich zu dem Apartment und so. So. Übrigens freue ich mich schon auf New Game Plus in dem Spiel. Denn da schaltet man eine Kettensäge frei. Ah. Alles abgeschlossen. Wieso habe ich die Tür eigentlich nie probiert? Wir müssen das mal hier richtig umgucken. So, Heilung. Denn wir wollen ja auch immerhin auch die Schrotflinte finden, oder? Das wäre schon nicht ohne. Mach nicht so die Türen zu. Die ist zu. Hier war ich auch noch nicht. Ah, auch zu. Okay, also das Schwimmbad können wir erst einmal vergessen. Denn wir kommen nicht hin. Schade. Das heißt, wir machen jetzt in Etage 2 erstmal weiter. Gehen zu L1. Ja. Ein Versuch war es wert. Muss das Spiel eigentlich immer so dunkel sein? So, das heißt, links und geradeaus. Da können wir auch gleich mal alle Türen dort testen. Wo man wahrscheinlich nur eine aufgehen wird. Jetzt bin ich ein bisschen gezuckt. War nicht cool. Ah, ah, okay. Jetzt haben wir die aufgemacht. Was können die eigentlich im Nahkampf? die halten aber aus, ja? Nahkampf halten sie aus. Es ist vielleicht doch besser zu schießen. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen was an Munition. die ist zugenagelt. Also ich bin immer der Meinung, wenn man den Weg geht und es kommen Gegner, ist man eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Ist ja auch bei Resident Evil so. Da, wo Zombies sind, da scheint es meistens richtig zu sein. nicht immer, aber meistens. Noch mehr Strohflinten-Munition. Das ist hier. Wieder so ein Erinnerungsfragment oder so. Ich habe keine Ahnung. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir das ja mal gerne mal schreiben. Was haben wir hier? Alles zu. Gehen wir hier hoch. Schlüssel. Ich bin hier. Ich bin hier. näher. Verbogene Nadel. Spitze. Verborgene Nadel. Okay. Für was ist die gut? Oh. Wir haben was gefunden. Wir haben was schönes gefunden. Wie viele Schuss haben wir denn? Sieben Schuss. Aber die werde ich mir erstmal aufheben. Pistole haben wir ein bisschen mehr. Das wird die jetzt schon finden. Das ist aber auch nicht gedacht. Ah komm. Einmal probieren wir sie mal aus. Der hat sogar echt einen Schuss überlebt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ehrlich gesagt. Aber eine Damenumkleidende Schrofflinder. Okay. Bist du ruhig. Bist du ruhig. Die halten echt viel aus. Das ist mal so. Pistole brauche ich. Fertig ist gebraucht. Vier, fünf Schuss. Krass. Hauptsache der Fernseher läuft. Schlüssel. Mit Schlüssel. Bist du noch irgendwo ist? Für L1. Na da müssen wir ja hin. Was, das geht hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber was ist eigentlich mit den Krankenschwestern hier passiert? Dass sie so, ja. Man ist aber immer noch nicht wirklich drauf schlau geworden, was hier eigentlich so richtig abgeht. Hier ist ein Treppenhaus. Hier können wir eine Tür aufmachen. Oh, können wir wieder zurück. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Wo führt denn das Treppenhaus hin? Ah, da könnten wir jetzt zum Schwimmbad kommen. Genau. Wir gehen aber erstmal in L1. Das ist die Tür hier links. Mein Gott, ist das dunkel. Können wir was verschieben? Ist da irgendwas zu sammeln? Nein, ich weiß einfach nicht. Wo schiebe ich dich jetzt hin? Diese Geräusche, ey. Hä, wo soll ich dich hinschieben? Ah, hier hin. Okay, verstehe. Hallo? Widerspenstiges Ding. Okay, auf jeden Fall kriecht hier Arne rum. Das hat man eben schon gehört. Das Mädchen wurde heute eingewiesen. Ah, Misting. Es hat kein Wort gesagt. Sie sitzt einfach nur da, den Kopf in den Händen, schlurzt und zittert. Ich habe sie ins Bett in der Ecke gebracht. Sieht zwar aus, als hätte sie sich ein bisschen beruhigt. Sie hat mich sogar angelächelt, glaube ich. Okay. Ja, bestimmt in den Raum drin. Ah ja. Man hört ihn schon. Hier ist nix. Schade. Eine Kugel. Ah, wo ist schon jetzt da? Dann mache ich halt die Tür wieder zu. Okay, hier ist sogar gar nicht. Okay. Wo an der Welt, also Alternative. Man muss aber sagen, James hat echt Eier. Oh, okay. Oh, 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 oh. Müssen wir jetzt in der ersten Etage wieder sein, oder? Ja. Interessant. Gibt's noch was? Nee. Okay. Also deswegen können wir die Tür dann nicht... Achso. Doch, doch. Da müssen wir überall die Kisten davor stehen. Warum helfen sie mir nicht? Warum sperren sie mich hier ein? Mit ihm. Wie mit ihm? Let me out, let me out. Lasst mich raus. Okay, wer ist denn hier? Oh. Wow, ist das eine Einspielung auf Resident Evil? Oder hat das irgendwas mit dem Original Silent Hill 2 zu tun? Ich weiß es nicht. Da liegt ein Buch. Ich glaube, da kommt mir eine Hand vor oder so, oder? Oh, ein Armband. Markiertes Armband. War ja klar. Wie jetzt? Von wo bitte kam der jetzt her? Frech. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Gut, Cafeteria kommen wir nicht. Also können wir jetzt oben... ...über die Treppe zum Schwimmbad. Und oben haben wir ja noch... ...noch einen Raum, ne? Und jetzt war die dritte Etage. Da waren wir ja noch gar nicht. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt auf zum Schwimmbad. Na, die ist zu. Können wir jetzt nochmal speitern? Na, ein bisschen Zeit haben wir noch. Können wir trotzdem mal speitern. So, okay. Dann wieder hoch. Der Weg war am besten... ...dü, dü, dü, geradeaus. Können wir auch nochmal nachladen. Und zwar müssen wir jetzt... Oh, wir können komplett von oben durchlaufen. Das ist gut. Wie geht's eigentlich, äh... ...Maria? ...Quinz. Und du hast Glück, zu finden Laura? Nicht noch. Wie bist du, dich aufzuhalten? Ich werde dir okay. Ich brauche nur ein bisschen mehr Rest. Ich schlafe James Vielen Dank für mich. Es ist sehr süß von dir. Ja, ja. Geh ein bisschen Rest. Ich komme bald wieder. Nein, die schlucken aber... Das ist ein Feld. Haben wir da doch noch keinen Code. Ich glaube wir waren hier schon drin. Scheinbar nicht. Genau. Ja, bevor wir hochgehen machen wir erstmal das Schwimmbad. Oder auch nicht. Das ist ja frech. Ich dachte wir würden jetzt hier zum Schwimmbad kommen. Schade. Also doch erst hoch. Wahrscheinlich brauchen wir alle drei... Nein, geht ja gar nicht. Wir brauchen die Armbänder um da hinzukommen. Das ist doch jemand, oder? Jetzt noch ein Speicherpunkt. Wieso können die sich eigentlich hier frei bewegen und wird nicht angegriffen? Ja. Guck, Speichern brauche ich jetzt noch nicht. Haben wir noch ein bisschen. Ha. Hallo. Sind die auch rausgelauben? Oh ja. Kommt sie. Oh ja. Was sind das für Geräusche, ey? Was sind das für Geräusche, ey? Die Dame war's. Hallo. Gehen wir jetzt mal hier rein. Oh, wir verlieren langsam Munition. Zwei Kugeln. Zwei Kugeln. D3. Halt. Wo kommen wir denn hier hin? Aufs Dach. Okay. Aber fürs Dach haben wir noch keine. keine Karte, oder? Das ist ein Keller. Naja. So eine Schreibmaschine. Beobachtungsnotizen Tag 1. Patient wurde zur Beobachtung verlegt und unterernährt. Flache Atmung vermeidet Augenkontakt. Unruhig im Gegenwart des Personals. Panik bei den Gedanken an Berührung. Tag 2. Patient verweigert feste Nahrung. Zwangsernährung mittels Nasogastrischer Sonde erforderlich. Serotonin Antagonisten verabreicht. Um Übelkeit und Erbrechen zu reduzieren. Tag 3. Patient wird zum Baden und Füttern fixiert. Behandlungstimmer bitte entsprechend vorbereiten. Fortschreitende Unterernährung. Sauerstoffmangel. Verdacht auf Selbstverletzung nicht bestätigt. Tag 4. Irgendwas stimmt nie. Okay. Okay. Wer scheint hier nicht zu sein? Doch da. Oder auch nicht. Ah. Alles ist hier in dem Krankenhaus richtig abgelaufen. 1f innerer Ward. Das heißt wir haben jetzt hier irgendwo einen Schlüssel. Dann müssen wir dann unten mal gucken. Hallo. Jemand da? Dr. Andrews. Wir haben die Röntgenbilder die Sie angefordert haben. Es scheint als wäre die Datei unvollständig. Eines der Bilder fehlte. Wir schicken es Ihnen soweit wir es finden. Lassen Sie mich wissen wenn wir noch etwas was wir tun können. Okay. Was ist denn mit den Röntgenbildern? Okay. Ich glaube das ist ein Rätsel. Hier liegt doch noch eins oder? Ja. Ja. Oh das sind Striche. Warte mal. Also fehlt glaube ich immer noch eins oder? Wenn man das muss. Okay. Kann er sich direkt dransetzen. Dahin. Du keine Ahnung. Du auch keine Ahnung. Hä? Versuchungsszimmer 4. Jetzt sollst du mal eine Runde gelaufen. Okay. Hm. Den Röntgenbildern finde ich komisch. Aber ich kann da jetzt nichts groß machen. Ich glaube eins fehlt. Skull Trauma. Müsste das ja hier hin. Old Fracture. Alte Verletzer. Keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Sind wir jetzt? Ach ja. Ja. Geil. Die haben es auch. Ich muss da sogar rein. Wir müssen das Rätsel lösen. Wie ich komme nicht rein. Wir müssen den Zettel noch mal lesen. Äh. Röntgennotiz. Hätte ich es angefangen haben. Es scheint als wäre die Datei unvoll. Eines der Bilder fehlt der wir schicken es ihnen soweit wir es finden. Lassen Sie mich das hat. Das ist doch jetzt dabei gewesen, oder? Also sind das nur drei. Ah ja. Keine Ahnung. So ist es blöd. Warte komme ich ja jetzt nicht. Aber ich muss das Rätsel lösen bis ich weiter komme. Aber ich würde sagen wir sind eh gleich am Ende der Folge dass wir darum uns in der nächsten Folge kümmern. Hier ist Sue. Ja, warte komme ich ja nicht. Ich muss aber irgendwie zur Richtung Laura. Haa. Gut. Wollte ich sagen gehe ich jetzt speichern und wir schauen uns dann in der nächsten Folge an wie wir dieses Rätsel knacken. Ich gehe mal davon aus dass es alle drei Röntgenbilder sind. Also dass es alle sind. Und wir das irgendwie in der richtigen Reihenfolge Tür quietscht äh legen müssen. Doch wie die aussieht das sie Ah warte mal. Diese weißen Kratzer könnten die ein Hinweis sein? Warte mal. Nee. Na gut. Das gucken wir dann mal in der nächsten Folge. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich natürlich freuen wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet mit mir den Doomsday und bis dahin haut rein macht's gut bis zum nächsten Mal. schild Viewer den das 者 die